Die Autos haben nicht vorschriftsmäßig geparkt. Die haben die Zufahrt hier unserer Spielstraße zugeparkt, sodass man wirklich Mühe hatte, selbst mit dem Pkw rumzukommen. Und generell, man konnte nicht vorwärts und rückwärts fahren, weil es ging nichts mehr. Die kommen hier von der Platte runtergefahren, fahren ins Wehner Loch rein und biegen direkt rechts bei uns ins Revier rein und fahren bis hoch ins Naturschutzgebiet. Wenn man sie darauf anspricht und denen das sagt, hier folgendes, sie dürfen hier nicht reinfahren, komplette Unverständnis. Ich denke, der muss eben gezeigt werden. VW, VW meine.